Ich bin tot wahrscheinlich. Ja, wir sind alle tot. Echt? Ja, einen habe ich dann gekriegt. Wir sind dann los, weil du bist dann gestorben. Und dann kamen... Dann sind wir losgelaufen. Dann kamen die Ersten schon, haben uns gepusht. Pony ist an der Hive gestorben. Ja. Ja, und dann einen habe ich bekommen von den dreien, aber dann haben sie mich gepusht und dann hatte ich keine Chance mehr. Sorry. Ja, Gottes Willen. Ja, das wird es, ne? Will er bei mir nicht Hand neu starten? Er sagt, Hand läuft. Ja, er hat sich reingepusht. Also bei mir läuft Hand bei dir. Ja. Er ist ergeblich drin. Du hast, nachdem er Internet aus ist, hast du komplett Hand runtergefahren? Nein. War bloß das schwarze Bildschirm beim Reintappen. Da musste ich all der vier drücken. Ah, okay. Oh, Mann. Ja. 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 Dann entschuldige mich nochmal bei allen. Danke, dass alle drin geblieben sind im Stream. Ist ja noch alle drin. Titel, Morphe, Dulme, ich. Ja, nee, nicht. Der kommt gar nicht mehr rein in meinem Stream. Ja, weil er ist... Arsch. Das ist so ein Arsch, ne? Also ich würde ihn kicken. Schmeiß den raus, den Idioten. Ich habe dir schon eine Einleitung raus. Ja. Ich will jetzt nicht raus, Tappen, sonst ist die Maus weg. Ja, ja, alles gut, alles gut. Mal dir, bis er drin ist. Er ist gleich drin. Ich vertraue mir. Ja, ja. Oh, Alter, ich habe wieder Bilder im Kopf. Mach ich ruhig. Schön langsam. Oh, nein. Immer langsam, sonst ist du schnell vorbei. Jetzt geh pissen. Ladies first gilt besonders beim Sex. Ja. Ja. Da ist er doch was. Das ist also normal. Ja klar, du warst zwar nicht im Fall, aber eigentlich nicht im Kampf. Ach ja. Oh, diese Woche noch und dann fängt die Hülle an. Ich schauke ihn. So, jetzt machen wir das Ganze besser. Ja, ich hatte keine Chance. Goldie ist schuldig fertig. Ich höre Macht. Weil ich war so gut positioniert, wenn die reingekommen wären. Die wären nicht. Die sind hinnegekommen. Die sind außen entlang geschlichen. Von welcher Seite sind sie dann gekommen? Ja. Ja, wir sind dann aus dem Westen. Also von Lawson. Also von Lawson. Sprich, wir sind dann hoch Richtung Blank. Dann war ich. Dann war ich fast oben im Blank. Und wir sind stark des Hunden. Und einen habe ich erwischt. Fast down gehabt. Ja, und dann kamen sie an und dann hat er mich mit der Dolch zweimal pum pum pum. Und ich habe einen Heilschlag gelegt heute. Oh. Geh mal rüber. Ich glaube der Clou ist am Headshot Punkt. Ja. Da gehst du nicht hin. Was? Geht weiterlaufen. Oh mein, mein Bot ist offline. Mein Menü passt gerade nicht. Hallo? Hey, was ist denn jetzt los? Kämpf hier in vorderster Front. Was macht ihr? Ich sehe mein Menü nicht mehr. Mein Menü ist nicht geändert. Mein Menü ist im Arsch. Tut das nicht weh? Nein. Nein, ich sehe es auch gar nicht. Da oben ist der Hive. Sorry, musste sein. Geht es wieder bei dir, Guldi? Ja, mein Bot ist nicht auch online. Ich werde gleich nach der Runde gucken. Noch eine. Warum sie jetzt mein Menü nicht geladen ist? Das verstehe ich jetzt auch nicht. So wie vorhin ich keine Hände hatte wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wo jetzt, ach da ist es. Ich muss jetzt bloß schauen, welche Tastatur. Wo was liegt, hast du den Clou schon? Nein, noch nicht gleich. Jo. Gut, dann gehen wir als Schlachtaus gleich weiter. Ja, 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 ja. Hast du gerade was geschlagen, Hone? Ja, ja, ich habe gerade einen Zombie gemacht. Okay. Ich warte auf euch. Ich sage, der Chatbot, der Stream ist offline. Ah, ich werde füllen. Mach das nach der Runde dann. Momentan sind eh eh nicht viele online. Lass uns die Hunde zu Ende spielen und dann kannst du gerne schnell dein Chatbot einschalten. Boah, hier ist alles voller Raben hier. Was ist denn der Clou? Komm im Haus. Ich weiß nicht. Oh! Katty? Ja, klar. War das Sieg? Ich verlasse, sorry. Nein, ich verlasse. Entschuldigung. Ich war bloß überrascht, weil das war ein Abercut. Ja, genau. Ja, Alter, ey. Hat jemand Heilung gesehen? Nein, wir sind ja auch noch auf dem Weg. Ich muss erst mal schauen, was hier... ...was könnte eventuell sein, dass hier der Bus ist. Nee. Nee. Aber es hat so ausgeschaut von Weitem. Ja, dann ist er still water. Aber hier waren welche. Aber ist genommen. Ja, sag ja, die Tür war offen und der Klug war. Ah, der Chappels sogar. Schon wieder, ey. Aber wir wissen, dass wir uns zwei hier sind. Definitiv. Ja. Habt ihr Heilung gesehen da, ne? Nee. 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 Können wir deine Hunde... Ja, ja, ja. Ja, hier ist alles frei, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich denke, dass die hier entlang gelaufen sind. Mir steht eigentlich nix mehr, ja? Ja. Das ist alles frei, deswegen meine ich ja. Wir laufen jetzt mal langsam. Ich brauche noch einen Schluck. Warte. Das war doch schon eine Explosion unten. Ja. Ich denke, die machen die Spinne schon. Ja. 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 habt ihr was geschlagen ja ich ja die machen die spinne unten aber ich denke dass oben einer ist außer die sind so doof und sind alle drei unten sagen wo ein immo steil oder hinter der mauer hat einer vergnügen immo der schlägt der schlägt doch einen immo wo waren das in der richtung wo ich vorhin gepinkt habe hinter dem wagen noch da ist einer der ist da und ich wollte gerade abdrücken der war hier er ist da ja der liegt da du hast mir den kill geklaut du bist jetzt in der kirche ihr müsst die ausgänge in alter ich war full live damit der vitalie oder was naja headshot ist headshot 20 meter pass auf ja das sind sag ich doch die sind von da hinten das ist ein anderes team oder was nee da hinten sind noch zwei ausgänge ja aber trotzdem auf 20 metern ach warum immer ich das ist das ist das ist Hörst du was? Nein Ich hör jetzt was? Hier ist die Schüttel Jetzt ist die Schüttel wieder ich glaube der ist bei mir hier außen ja crouch bei mir hier außen also tut er ist es im moment weiß ja die sind ja die sind hinten raus die sind denke ich hier außen bei mir hier immer noch schritte ich denke dass wir hier im sieben unten sind ja ist gott rein ich habe eigentlich immer gemeint also kann mir jemand oben sonst warte noch ob hier noch schritte sind moment zumindest noch weiß ja schritte wieder läuft von mir außen läuft wieder oder warte ich habe vorhin gelaufen ok gut denn schnell dann sind wir den schaden ich denke die sind immer noch hier bei mir im süden der letzte sonst gehe ich runter und mache wehen looten der draußen der chancen hat bei meinem ping und dann anzünden das ist ganz kurz mein kind gehen ihr lauft jetzt da ne ich ranne hier ok 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 so hat er was verpasst ne ihr müsst ihn jetzt bloß anzünden da oben was sonst kommt der letzte nicht raus wenn noch einer da sein sollte von euch brennt ok hast du die gleiche im blick ich glaube der hat gerade waffenwechsel gemacht kannst du mal pingen oder ist ja bei mir im süden süden wer ist denn das da hinten ist die gleiche und da habe ich dann gehört hinter der mauer also ich denke dass der da hinten irgendwo ist er ist abgehauen da hast du mir eine laterne glaube ich hergelegt ne ich glaube ja etwas weiter vorne der ist gerade ausgebrannt der andere wo ist denn jetzt die scheiß laterne war doch bei dir da irgendwo ach da ist er ich habe ich gehe da mal kurz runter ja wo ist das mitzwiegen das mitzwiegelt da Ah! Schießt die dir? Ja. Was komisches ist, das Schießen. Ja. Es ist so laut, als wäre das hier oben gewesen. Habt ihr mit einer Lebelle geschossen, oder? Ja. Okay. Lebelle hörst du hier oben, als würde die neben mir schießen. Die Explosionen hörst du nicht. Vielleicht waren die auch nur zu zweit, weil der andere brennt immer noch. Gold, ich mache hier einen Fatz weg. Vorsicht. Nein. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, er ist abgehaut. Oh, der ist abgehauen, ja. Oh, die Ausflüge sind aber scheiße, hast du schon gesehen? Ja. 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 Ich überlege gerade, ob wir nicht wieder runtergehen, Richtung Catfish. Weil da war der Weg eh unten frei, wo wir hergekommen sind. Ja, da können wir hingehen von mir aus. Das ist schon ein weiter Weg. Ein Team wäre noch da, ja. Und das könnte von Alice her rüberkommen. Ich wollte gerade sagen, ihr sitzt bestimmt bei Alice und warten, wo wir hingehen. Alice oder Lock Bay, eins von beiden. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Dann gehen wir... ...Catfish raus. Dann gehen wir auch links rum. Bist du auf Gegner oder was? Was machst du? Jan Haif ist Gegner. Farmen. Momentan alles kühlt vor uns. Ich hab nur drei Sekunden. Aber jetzt wäre es schön, wenn es diese Laufwege am Ende der Runde angezeigt würden. Oh ja, das waren doch drei, der ist abgehauen. Aha. Ja, ich weiß, was du meinst. Rängst von Köln. Vier Schuss. 4-1 Zombie oder was? Ja. 2-mal verfehlt. 2-mal verfehlt. Enden, enden, enden. Fliegen da oben weg. Meine, oder? Ja. Ja. Okay. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Rängsel und frei. 30. Rängsel und frei. Kommst du noch rein? Ich bin schon rein. Ja, Chi-Chi? Chi-Chi? Jo. Ich bin schon rein. Ich bin schon rein. Was? Keine Ahnung. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Irgendwie habe ich nichts verbraucht, sehe ich gerade. Habe ich nichts gemacht, die zwei Schüsse habe ich, nehme ich dann wieder zurück. Wobei ich nicht mitbekommen habe, warum er dich, der erste, der dich nicht gesehen hat, Goldig. Weil der war ja unmittelbar vor neben dir. Ich bin reingeschlichen. Warst du in der Kirche drin, oder was? Ja, die ganze Zeit. Ah, okay. Weil der war eigentlich einen Meter von dir entfernt, oder zwei? Ja, er hat den Imo gemacht. Wenn er den Imo gemacht hat, bin ich zur Kurve vorgelaufen und habe gedacht, ich hoffe, er kommt rein, dass ihn überraschen kann. Okay, und der hat direkt aber in meine Richtung geaimt. Warum auch immer? Entweder hat er uns gesehen, oder er hat einfach so vorbeigeguckt. Teil zwei heißt das jetzt schon. Ah. Halt morgen war Teil eins. Sonst speichert er mir das nicht auf YouTube wenn es dasselbe Name ist. Okay, gestern hattest du auch zwei, ne? Hm. Alter, was spielen die? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall eindeutig zu laut. Ich hab ein Ding. Du hast jetzt schon Kopfhörer auf. Hau mal, Koldi. Ich hab ein Ding. Du hast jetzt schon Kopfhörer auf. Ich kann mal Bradley überraschen. Ja hier dringend gehen. Ja, Bradley. Kolti, los geht's, los geht's, Kolti. Und, gibt's nichts. Habt ihr geschossen? Nee. Die Schüsse sind auch ein bisschen weiter weg. Sorry, ich kann mir mein Bot-Account nicht mal rein. Auf Streamlabs? Twitch. Mein Bot braucht ja ein eigenes Twitch-Profil. Okay, wo gehen wir hin, fort oder gehen wir gleich C&A weiter? C&A. Und alle meine Passworte, die ich benutze, heiße es falsch. Okay. Kennst du hier gerade alles ab? Ja. Aus Zorn. Was seht ihr da? Bis jetzt noch nix, aber hier waren welche, weil die Tür ist offen. Wenn da der Bus ist, müssen wir sowieso aufpassen und so langsam vorgehen. Was? Was? Attacke? Ja. Wo ist denn der Clou? Der ist genau dort drin. Nele Bell. Das ist Hemlock. Entschuldigung. Hei, der Zeug hat mich verschockt. Der ist schon genommen wahrscheinlich, oder? Ja. Äh, Hemlock. Aber langsam, langsam vorgehen, ne? Hast du schon Richtung Bunker, hätte ich jetzt gesagt, oder? Kann ich dir noch gar nicht sagen, ob das Bunker ist. Ich sehe, drüben sehe ich noch n... Ja. Da läuft auf jeden Fall ein Armort. Ja. Beim Bunker, da läuft er. Jetzt war er am Weißen Haus. Läuft jetzt hinterm Bunker. Okay. Okay. Da ist einer. Der looted gerade. Jetzt kommt der nächste. Fack. 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 Das zerstört er hier. Fack. 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 Pass auf, rechts ist noch einer irgendwo im Compound, ne? Links sind... Die zwei sind links am Weißen Haus vorbei. Okay. Oh, scheiß Hunde wieder, lau. Und wo müssen wir hin? Fack. 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 Da liegt eine Leiche. Ja, da liegt die nächste. Die wo sie abgefackelt haben. Ja. der stacheldraht hinter mir her abfackeln in der weißen hütte der roten und da in der richtung habe ich irgendwas gehört in dem turm oder was kann ich nicht mal sagen was ich gehört habe oder die die auf mich wurde geschossen von wo im prison aus legen was zahlenartiges das war das rote hause muss zumindest von presen von dem großen gebäude mehr weiß ich auch nicht kann aber auch von dahinten gekommen sein das muss man eben so aufpassen ja auch das haus vorne da ist hinten einer Was, Goldi? Von mir auf dem Compound Alle? Drei? Oder? Einen auf jeden Fall Zwei da drin Wer schießt denn hier mit der Lebelle? Wer wo hinter mir ist? Hat mich eingekesselt Einfach rein Einer von mir, einer hinter mir Du musst Ich verbrenne gerade Ihr seid gut beschossen Alter Da sind wahrscheinlich zwei schon drüben Und der eine ist erst später rübergekommen Der Mechalz jetzt das erschossen hat Und ich hab wieder Drei Zombies am Arsch gehabt Es ist ein Spiel, Jungs So Geht's jetzt wieder So, ja, der Bot ist ja tocken Was? Noch kein Fenning Wie, kein Fenning Ach, du meinst Fenning Achso Fächern Ja, ja, ich weiß auch was das ist Ich dachte, du hast den Perk, Fächern noch nicht Warum bin ich eigentlich alleine in der Lobby? Ich bin noch im, ähm Ding da Beim Ding da Na gut, dann bin ich kurz aufkam Ja, ich geh auch gleich in der Dampfen Ich mach bloß meine Hand da gleich fertig Ey, gibt's doch gar nicht Wo ist denn jetzt meine Libellie? So, ich muss den Hunter fertig machen Crawler King, Crawler King Das gibt's doch gar nicht Da ist er Weißt du, der Heidel ist alleine da Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank. 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 Sorry, Ray. WB. WB. Dann frag mal uns. Ja, ich muss nächste Woche in der Hülle arbeiten. Hör mal, da brauche ich noch mal Schlaf. Nicht nur nächste Woche. Das ganze Monat. Ja, ich muss noch mal gewechselt, also ein Blödsinn. Oh, Pimmel. Ich habe das gewünscht. Hier vorne. Ah, jetzt packe ich hier fest. Ja. 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 Wer ist denn hier schon vorbei, ja? Wer ist denn hier schon vorbei, ja? Wer ist denn schon auf dem Compound? Ich? 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 Wir sind in der Zwickmühle. Ich vermute mal, dass sie in dem ersten Haus drin sind. Hier ist das Tor hochgefahren. Das Toro wieder, da kann ich vermuten. Äh, Holztepst? Ja, ich höre jemanden laufen hier. wo im haupthaus hier auf euch oder was oder nein 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 auf mich nicht es 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 Die wissen natürlich, dass wir jetzt da sind. Ich höre Matschschritte, unten, hier. Gut, der weiß, ich bin ja jetzt hier drin, der hat mich gehört, ich habe einen Zombie gemacht. Okay. Hier außen läuft der. Letztendlich ist es nur einer. Aber es waren zwei, definitiv, die ich vorbei habe laufen sollen. Da ist das Haus ja reingegangen. Ja. Welches? Okay. Der Clou brüllt auch. Der Haufen läuft noch einer. Ja. Bei den Hunden enden. Die Schritte laufen von mir weg jetzt. Schreit der Clou noch? Aber der ist ja auch in dem Haus da drin. Der rennt weg, der rennt weg. Wo rennt er hin? In welche Richtung? Bord. Der war schon da hinten. Schreit der Clou noch? Ja. Ja. Dann mal hinterher, wa? Nee, der Clou scheint nicht mehr, weil den Clou hat er sich jetzt geholt. Den habe ich geholt jetzt. Gib mir mal ungefähr in der Richtung. Bord. Die waren nur zu zweit, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall rennt hier genug rum. Ja, Schüsse, auf und fort, glaube ich, habe ich jetzt auch gerade gehört. Ja, ich finde es nur komisch, er rennt eine Immo vorbei, der Immo macht nichts. Wer macht denn Immo jetzt gerade? Du, Teitel? Nee, ich mach gar nichts. Man hat gerade einer auf dem Immo gehauen. Ich habe ein Summi gemacht. Jetzt kommt der zu mir, der Idiot, ey. Sind die schon Impfort drin, oder was? Oder wo hast du den? Goldi ist schon weg. Der hört nichts. Und da ist ja noch mal ein Immo. Goldi, warte. Oh, oh, oh. 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 Das Fenster oben ist durch. Also bei mir ist es auf jeden Fall offen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die haben auf irgendwas anderes erst geschossen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Es waren zwei Teams. Ja. Oder drei. Auf geheimer Mission. Brennst du? Nee, ne? Ich nicht, nein. Du hättest down sein müssen, du Fatzke. Jetzt brennst du. Jetzt brenne ich, ja. Aber keinen Stress, ganz ruhig. Da wo du den angehittet hast, lag die erste Leiche. Da wollte ich gerade aufheben. Mit Sicherheit, ja. So, zum kurzen. Ein Schuss und down. Der hätte normalerweise, so wie ich den gerade gehittet hätte, ab, hätte der auch umfallen müssen. Ja. Schuss und da. Ach so, mit sechsmgrenzen. Ich bin auf dem Fenster mit allen. Ich bin aber sicher. Schuss. Ich bin mit dem, immer wieder geholt. Ich bin aber auch schon. Oh, ich bin mit dem. Ich bin mit dem, immer noch zu knacken. Ich bin mit dem, immer mehr zu wenigen. Den... So, ich bin jetzt mal raus jetzt, ne? Ich mach Feierabend. Jupp, hast gesagt. Kein Ding. Mach's gut. Verzieht sich, Bishop, morgen. Geh ich mal von außen, ne? Schlaf gut. Schönen Abend noch. Auch so. Viel Spaß noch. Danke, Herr. Danke. Oh, meinst du, haben Sie mit noch? Ocelot wollte er noch irgendwie, aber der ist noch im Game, im Trio, hat er geschrieben. Ach so. Aber er meldet sich, hat er gesagt. Oh, meinst du, ist ja... Oh, meinst du. Oh, meinst du. Oh, meinst du. Oh, meinst du. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kannst du dich noch an dein erstes Handspieler genauen? Oh nein, ich hab eine Lupe dabei. Warum hab ich jetzt eine Lupe dabei? Ja, da bist du, hast du die Shift, hast du dich einmal in die Hand genommen. Du meinst zum Gendern, nee. Da bist du nur sneaky rumgelaufen. Ja. Ich weiß noch, die erste Runde war eine Random. Da hab ich mit einem Holländer gespielt. Auf Englisch. Und das war eine Nachtmap. Alter, ich hab mir so in die Hosen geschissen. Wir sind so sneaky. Ich glaub, bei mir war es aber auch eine Nachtmap. Warum hab ich jetzt eine Lupe dabei? Wir können beim ersten Gegner tauschen. Ja, bitte. Hallo? Ja, was denn? Wer hat dich getroffen? Hast du drei Teams rausgemacht? Es war kein Haken drin, aber du warst der Gruppenleader. Ich war der Gruppenleader? Ich konnte keinen einladen. Ich hab jetzt lang genug da drüber hingeguckt, also. Ich führe Hunde. Stellworte, oder? Ja. Ha! Ich schwör ohne Witz. Ich hab mir grad im Kopf überlegt gehabt, boah, das ist doch jetzt so die Andi-Zeit. Alter, komm, behält es für dich. Am Ende hast du noch recht. Und jetzt kommt Andi online. Ja, sind schon vor uns, sind schon vor uns. Eine hört schon nicht. Die haben uns schon gesehen. Also genau da ungefähr. Der ist schon ziemlich nah hier vor mir. Durch den Baum. Das gibt's nicht. Der ist direkt dahinter. Da, längs ist er. Wolltest du nicht abdrücken? Doch, in dem Moment, ja, aber er kommt auf dem Schlammhügel und in sofort in die Richtung, wo ich seit ne Minute hocke und mich nicht bewege. Ah, das ist das, was ich auch nicht verstehe. Da würde ich niemals hingucken, in dem Moment. Und 0,9er KT, weißt du das auch? Ja, sehr ärgerlich. Ärgerlich nicht? Ja, doch, weil mich nervt das. Ja, es nervt schon. Es gehört dazu, um halt zu verlieren. Es ist halt immer grob. Ja, aber... Ich seh's halt immer von mir. Ich töte einen vor mir und guck, aber nicht, äh... Es war ja nicht 90, es war schon mehr wie 90 Grad nach links. Es ist so 120 Grad nach links. Und er trifft mich halt direkt durch den Baum. Durch den Baum. Ich stand hinter dem Baum. Ihr hattest doch mal getestet hinterm Baum. Es ging keine Kugel durch. Na. Kannst du einladen? Nee. Lässt mal gleich auf. Weil ich denke zu 99% der Andi fragt uns gleich. Ja, nicht reintommen. Andi einladen und Title einladen. Ups. Jetzt kommt der Andi rein und sagt, oh, ich wollte gerade einen Klick beimachen. Oder es schreibt Gerhard Morvian. Ah, okay. Kann natürlich auch sein. Bei Skio war schneller. Wie, Skio war schneller? Hat ihn zuerst angeschrieben. Skio hatte ihn angeschrieben, oder? Ja. Okay. Ist Skio gar nicht drin? Bei mir auch nicht. Ja, bestimmt wieder... Wieder Facken im... Unsichtbar Modus. Ich geh jetzt eine dampfen. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder da? Kampfer! Habe... Na gut. Habe da, habe da, habe da? Ich habe gerade mal mit meiner Frau gesprochen. Halb. Halb und halb, das ist immer gut. Halb Whisky, halb Cola, oder Knödel, halb und halb... Ja, das ist beides gut. Oder halb durch. Steak zum Beispiel, ja. Muss schon sehr blutig sein. Muss schon noch... Was? Zwischen Medium und Blutdiktate. Was heißt das? Raw? Medium, ja, ja. Wenn ich da reinschneide, es muss schon noch ein bisschen Blut rauskommen. Ja, genau. Ist ja eigentlich kein Blut, ist Fleisch, Saft. Ja, aber es sieht halt so aus. Ja, ja. Nur noch elf? Hallo, da brauche ich. Elf? Hm? Die kriegen wir auch noch zusammen. Ah, schön, da bin ich auf dem Haut. Ah. Geht's. Es liegt bestimmt hinter... hinter einem Rohr. Huh. Ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Hey, ich hab ein Messer irgendwo hier verloren, hier. Das war an mir gesteckt. Echt? Oh, entschuldigung. Wenn du Glück hast, war es keine Absicht. Das weiß ich bei dir nicht, das war bestimmt Absicht. das könnt ihr auch noch schnell machen den noise filter runter drehen dann sollte es besser übertragen werden von mir meine schöne zarte stimme kozm Die Hunde sind gerade erst aufgekloppt. 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 Ich höre gerade nichts mehr. Die Hunde sind gerade erst aufgekloppt. Die Hunde sind gerade erst aufgekloppt. Das ist eine Kabelbox. Ja. Habe ich gesehen, ja. Guck, da liegen zwei Medikits und genommen ist er auch. Die Hunde sind gerade erst aufgekloppt. 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 Ich verstehe auch immer nicht, wie die das machen. Hast du ja vorhin gesehen, wo du gesagt hast, der ist an dem... im Hof bei und hat sich nicht gebildet. Ne, wirklich. So... Da ist die Kräne ist der immer und ich bin der Spieler. Also... Ja, so dumm, die dumm, die dumm. Er ist zwar nicht gerannt, aber trotzdem. Selbst wenn ich schleiche. Ah, da geht er mich. Ich habe hier aber auch noch keinerlei Schüsse. Schüsse oder sowas. Von Santa! Ja. Hinter dem Zombie. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen. Ich hätte jetzt hier... die schlechteste Position überhaupt. Keiner hat HIT. Boah, der trifft wieder. Wo ungefähr? Genau, gegenüber. Und ich habe Hunde... da muss mich nochmal heilen. Muss mich nochmal heilen. Heilen. der ist aber schon auf die linke Seite rüber. Der ist aber schon auf die linke Seite rüber. Der ist wieder weg. Er läuft hinten weg. Läuft da hinten irgendwo an der Ruine? Läuft da hinten irgendwo an der Ruine? Weißt du ungefähr... Ungefähr... Ungefähr? Mein Ping! Den Sie, hier Milk! von Urien kommt da Sarah Lifton. ist da hab gerade die Waffe gesehen habe ihn bei mir du bist genau vor meiner Linse ich sehe mich sehr nice und jetzt habe ich den anderen habe ich aber jemand hat gerade auf das Fass geschossen ich weiß nicht ich bin gleich tot ja da wo wir hergekommen sind ich habe keine Heilung mehr der von der Händen ich sehe bloß eine Waffe äh Bornheim Altar bei Bornheim meine zumindest ich habe den nicht anschließen können du bist dauernd da sind gerade von der weißen Hütte sind gerade Graben hoch auf dem weißen Haus auf dem weißen Haus mach deinen Ping weg äh ich habe keine Lupe mein Schuss geht nicht auf den Baum alter fick dich da hinten läuft einer auf den habe ich geschossen und dieser dünne Baum war im Weg da müssten doch noch welche sein oder die haben pvp die haben pvp ich habe wieder eingesehen hier hinten da beim Wachturm beim Wachturm Hit ich weiß nicht ob er umgefallen ist direkt beim Wachturm der ist unten reingestanden aber wo sind die anderen auf die er geschossen hat dass wir hier keinen Wachturm der Wachturm war im Stichfall Achtung vor dir ich kann gerade gar nichts machen ich bin vergiftet wo sind denn die anderen ah da da hinten da sind sie da sind zwei aufpassen da mein Kind da sind sie Okay. ich sehe momentan gar nichts ich denke es ist im bunker weil wieder die bunkertur zu ist ja aber da waren wir hier da waren zwei die in die richtung laufen sind und die sehe ich nicht mehr auch mal jetzt ist er hinten runter gesprungen weißes shirt schwarzer mann weiße shirt ich habe bloß ein weißes shirt gesehen ob das schwarze mann weiß ich jetzt nicht ganz vergessen du hast eine lupe das war jetzt schon der dritte spark hit von mir das heißt ja noch mal eins von wo genau rechts im bus hinter diesen großen bus mich kann man wenigstens nicht anzündet noch im wasser kriegt ein spark hit bleibt stehen schießt einmal mit der winfield trifft schießt trifft nicht schießt trifft tot hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ungefähr da? Ja Der ist auch weg Oder hat den jemand erschossen? Nein, der ist ja weg, gerade nachdem ich ein Sparket gemacht habe Und dann hat der Winnie auf mich geschossen Ja, die habe ich gehört Irgendwas explodiert Und von dem Wicke Fennig zu werden mit seiner Scheiß, Winnie Ich glaube, da war ich gerade Bewegung Hast du das gesehen? Ja 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 Du musst mich ein bisschen unterstützen moralisch und nicht auf dein Handy gucken Mitschauen, wenn du irgendwas siehst, wo er eventuell sein könnte Ja Irgendwo von da drüben wahrscheinlich, oder? Ja 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 Da in dem Bus, ja. Da war er gerade, siehst du es? Ja. Hat er dieses Rumgeschnabbe von diesen Fischen, das geht nur so von was auf den Sack. Die Frage, geht er weiter hinter oder was macht er? Kann es sein, dass sie Richtung Post gehen. Weiß es nicht. Das Schlimme ist, da wo du liegst. Das ist ein Water Devil, ne? Nein, den weiß er nicht. Das Schlimm ist, da wo du liegst. Na gut, dann gehe ich mal langsam in die Richtung. Wie viele Meter waren das ungefähr? Ja. Mal gucken. 44. Doch schon ein bisschen weiter weg, dann war das da hinten schon irgendwo, ne? Vielleicht hat er sich ja noch umgesetzt. ich hatte nicht also. Oh, klar. Oh, danke. Oh, nein. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. FUCK Whatever. Oh, danke. Oh, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe noch eine Chance, dass Bounty haben wollen. Ich könnte mir wiederum vorstellen, dass die anderen irgendwo im Prison noch mal abgammeln. Schöße, Hemlock. Schnelllinien. Ich komme gleich, ich will schnell aufmunitionieren. Okay. Ich habe mich wieder doppelt bei dir. Ich habe doch die Lebellen mitgenommen von dem anderen. Oh, mein Gott. Das war jetzt Bounty-Tage, oder? Nein, 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 kein Bounty-Tage. Von dir? Nein, nein, das war doch... Es war kein Bounty-Tage. Ich habe nur eine... Es sind auf jeden Fall zwei Teams da, so. Ja, aber du hast gesagt, Minus-Eins. Einer ist gerade gestorben, ich habe es gehört. Ach so. Ich glaube, da am Fenster habe ich was huschen sehen. Hold Steps. Ja gut, die haben die Sicht, die sehen, dass wir da sind. Ja. Hast du geschossen? Ja, der hat mich schon abgeähmt. An dem Fenster oben. Jetzt ist er am anderen Fenster. Hat Hit. Ich muss unbedingt Platz wechseln. Fuß Steps außen. Ja. In dem Wäscher-Ding. Und rechts hier im Eck. Hier. Minus-Eins. Okay. Hier hinten ist der andere gewesen. Ah, er ist wieder oben drin. Da. Ist links weg. Müsste jetzt da irgendwo sein. Das ist nur der eine. Hast du was gemacht, oder ist der da raus? Ich denke mal, dass der da raus ist. Läuft nach Süden weg. Nach Süden? Der Wasser-Steps? Alter, ja, der ist genau vor mir. Vor dir. Der müsste jetzt hier irgendwo sein. Genau vor dir. Von da unten hat er mich. Vor dir. Ich hab' keinen Bock mehr. Ach, es geht heute gar nix. Der hat mich sofort abgeendet. Von da unten hat er mich fast ein bisschen gutter machen. Somewhere ausee hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? 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 Ich habe keine Lust mehr. Es vergeht auch ja Also es ist schon wieder 0 Uhr, sehe ich gerade. Ich habe ein bisschen länger geschlaven wie du. Ich habe es ja tatsächlich bis 10 Uhr geschafft. würde ich auch mal gerne ich habe keine kinder das ist halt der unterschied aber ihr habt doch auch große kinder im hause warum können die sie nicht mal okay das ist ein teenager dein bruder der zockt noch länger wie du ist er nicht erstens ist es und es ist weiß Ich hab einen Armahnen Oh, Bountywechsel Oh, Bountywechsel Okay, Alter hat mir jetzt was kaputt gemacht Rot, 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 Rot Was war da? Explosive Sprengbolzen Ah, okay Ich hab keinen gesehen Oh, danke Wo war'n denn? Ich hab'n nicht wahrgenommen Ich hab'n nicht gesehen Der ist von oben rüber geküpft Und dann bin ich gestorben Hä, Crossbow Melee und dann bin ich gestorben Ich hab'n nicht gesehen W Aber es war besser prostrierend wie gestern. Nicht so, nein. Also es war schon besser. Töte drei Brutegel fünfmal mit einem Angriff. Achso. Okay. Neue Daily oder was? Ja. Sie sich jetzt gerade auslusten. Oh, scheiß auf die Daily.